Die Klitoris, man betont das I übrigens, ist so ein Knopf, oder? Ich habe hier eine Definition mitgebracht. Die Klitoris ist am oberen Ende der kleinen Schamlippen, wie das hier steht, das ist hier oben dann, am oberen Ende der kleinen Schamlippen gelegenes von Schwellkörpergewebe gebildetes, sehr reizempfindliches weibliches Geschlechtsorgan. Also, da hört es sich an, als ob die da oben so liegt, wo sie auch jeder vermutet, die Klitoris hier hinter der Vorhaut, so was kleines, enges Erbsenart. Könnte es sein, dass sie viel größer ist und da viel mehr dran ist, als die meisten denken? Ja, so ist es. Also, man wusste schon hunderte von Jahren, ich zeige euch mal was, weil, das finde ich nämlich immer so spannend, diese alten anatomischen Zeichnungen, ich glaube 100, 200 Jahre alt sind die, da denkt man doch, das ist ein Penis, oder? Also, das hier ist die Spitze der Klitoris und der Schaft. Aber es geht hier drin noch weiter. Das hört sich so verwirrend an, finde ich. Das ist so, hä, wo geht es weiter? Aber ich sehe doch nichts, ich sehe nur dieses, Moment, guck, das hier, das ist eine ganze Klitoris. Und das hier ist das, was ich eben gezeigt habe, auf der alten Zeichnung mit dem Schaft. Dann geht es nach innen in zwei so Beinchen und vorne hängen diese Bulbus, wie die heißen, also so Art weiche, schwammige Teile. Und das ist ein ganzes Organ. Und diese beiden hier, die zeige ich mal kurz auf der anderen alten Zeichnung. Haha, die sind so außen. Das Ding ist, dass, ich nehme jetzt diesen, dass hier diese Bulbus sind. Also quasi auf der Vulva der Frau ist die kleine Erbse und noch die beiden dicken Wölbungen, die zur Klitoris gehören. Also die äußeren Lippen. Gleich dahinter ist Schwellgewebe, was Klitoris ist. Ich komme schon auf so sehr interessante Gedanken, wie ich denn da, wenn ich da dann so ruppel und, also nicht hier, nicht hier, sondern dann kann ich doch, ja, das kann ich. Ich erzähle nächstes Mal davon, wie ich anders anfassen kann. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Männer könnten doch auch mal diesen weiblichen Anatomie-Teil angucken, weil ich kenne fast nur Ruppler. Und ich hätte gerne Kneter, kleine Fummeler und was weiß ich. Also quasi alles um den Knopf herum und nicht den Knopf selber. Und dann möchte ich gerne abschließen mit einer wichtigen Sache aus der Sexologie. Also meine Erfahrung als Sexologin mit Klienten, Patientinnen ist in der Tat, dass ganz, ganz viel Sex abgelehnt wird, weil viele Partner von Frauen denken, sie müssten mit dem Ruppelknopf die Frau geil machen. Das mag sie nicht, wenn sie, meist mag sie es nicht, wenn sie nicht schon geil ist. Also drumrum und dann irgendwann zum Knopf, wenn es dann soweit ist. Mhm.